Oh man, ey. Wie kann der einfach seinen Kopf in die Kiste reinstecken? Das wüsste ich auch gerne. Ich würde auch gerne meinen Kopf in so eine Kiste reinstecken können. Burg Steinfurt. Erwin's? Nach Osten? Ja, okay. Was mit der Bren? Was ist Bren? Nein. Auch egal, ich weiß nicht, was der von mir will. Was? Zerstören sie hier einen vierläufigen Luftabwehrgeschütz? Egal, das ist nur Snipe-Mission, die gefällt mir schon. Allein mal zur Snipe-Mission, das gefällt die mir. Waters? Geben sie mir eine Minute kurz. Um mich hier mal zu sammeln und die Situation zu checken. Okay. Ach, der ist tot. Ach, der ist tot. Ähm, 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 ähm. Wir laufen jetzt mal durch diesen Wald, sichern das Gebiet. Checken erstmal nicht, wo Sergeant Waters bleibt. Da kommt er, angelaufen. Wie so ein Dackel. Ja, sehr schön. Machen wir mal weiter, ne? Wollen wir mal laufen? Boah, du Scheiße. Was machst du jetzt schön? Hä? Achso, ich komm da nicht hoch. Oh, wieso komm ich da nicht hoch? Oh, mein Gott, fressen. Auf was fliegst du da? Mann, man sieht nur die eine Kopfhälfte von dem. Das war gerade so scheiße, dich zu treffen. Hi. Warm. Hat er denn die Pistole in der Hand gehabt? Ist ja auch ein mutiges Gehelfen. Ey, Waters, wart mal kurz auf mich. Ich bin nicht mehr so jung und... Oh, motiviert wie du. Bam. Und, 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 nochmal. Oh, Mann, oh. Scheißen, Dreck, ey. Was soll denn die Scheiße? Ah, da ist ein Helm. Helm. Jawoll, getroffen. Noch ein Helm. Nicht getroffen. Helm, getroffen. Ach du Scheiße, ein Panzer. Das ist gar kein Panzer. Das ist ein Flak, oder was auch immer. Oder? Das sind die Flak? Ne, Luftabwehrgeschützer, aber das ist ja... Flugabwehr, Luftabwehr. Kommt das gleiche hinaus. Schnell zum Schütz. Es ist jetzt dann ein Maschinengewehr. Falls jetzt nur so ein Penner kommt. Bam. In your face. Biatch Ach du Scheiße Wir haben ja schon fast 5 Uhr Ist ja schlimm Wie die Zeit vergeht Oh man ey Ich nehme jetzt mit 60 Fraps per second auf Äh Fraps per second meine ich Und ich bin mal gespannt Weil das andere hat Ich weiß nicht ob es geleckt hat so wirklich Aber so ein bisschen gewuckelt Also jetzt beim angucken meine ich Alter war das knapp Und ich hoffe einfach Dass es jetzt flüssig läuft Und eine gute Qualität hat Dass ihr das zum Beispiel seht Ähm Och ja Liebe ich euch Ja ist doch gut jetzt Ist ein NG oder was Da oben Ja und auf den schießt er nicht Das ist wieder so eine Situation Wo ich mir denke Natürlich die CPU Die verschont die andere CPU Immerhin reagiert der Sergeant Waters mal Der Wohrenhof Der hätte jetzt gechillt einfach mal Oder der hätte sich Der hätte sich Ähm In den Kugelhagel Hätte er sich geworfen Ey What das Hinter mir sind noch welche Töte Die ich schon mir Solange das Geschütz hier Und in den Haken reißt Ach Mano Ich hab gesagt Du sollst mich beschützen Zwei Sekunden später ist mein Tode Auf keinen kann man sich verlassen Mann 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 Ja Natürlich Kollege Da bist du ja Geht doch Jetzt kommt mir die gleiche Die Situation wo ich mir denke What the fuck Bei diesem Bunker meine ich Ach Das ist ja so ein süßes Kerlchen Ähm Wir checken jetzt mal Ganz leicht Diesen Bunker Ist er tot? Ja Ne 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 Ist nicht tot Jetzt ist er tot Ja Ist tot Lauf Boris Lauf Ähm Leute Wir Gehen jetzt Wieder diesen Weg entlang Und versuchen uns einfach mal Dieses Flaggeschütz Oder Flugabwehrgeschütz Zu zerstören Das Problem dabei wird sein Der Kerl wird mit unserem Problem hier Das Sergeant Bortas Weil er nicht für uns arbeitet Der arbeitet einfach gegen uns Ich muss jeden Einzelnen hier so ausschalten Och noch so ein Kerl Der hat so ein Waldmensch wieder hier Da ist er Schon tot ist er Na ist noch einer Oh Der hat als ob ich den jetzt treffen würde Sergeant Bortas Also ich vertraue dir jetzt nicht mehr Das ist dir klar Was hat er gerade gesagt? Irgendwas mit Flack Ach egal Ich hab sie kaputt gemacht Ich brauche das reicht denn Ja Und bist du jetzt nochmal Penner Wo läufst du lang du Idiot? Was? Versorgungswagen? Ja in der Zeit wo du die Penner hier Kaputt machst Flüchtig Ja 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 Ich könnte Geld verdienen Im Zirkus Oh Achso da Achso scheiße Fuck ich bin tot Ich bin im Arsch Ich bin im Arsch Ich bin im Arsch Ich bin tot Du hast doch Du hast doch Du hast doch Du hast doch Du hast doch